und wieder einmal ein fröhliches hallo und herzlich willkommen zurück zu venters männer und zwar auch bei the darkest dungeon ja so sieht es aus unsere truppe hat schon den ersten mittelstufigen also stufe 3 erreicht von 6 die anderen sind bei 1 und 2 wir haben unsere geisteskranken part schon entsprechenden versorgung gebracht oder unseren gestressten part muss man dazu sagen sind alle weg soweit immer habe ich eigentlich schon meine rekruten gesichtet haben wir eigentlich alle schon am start brauchen wir keinen noch kein platz verbracht sind die leute hier auch schon geld und material haben wir eigentlich nicht was wir brauchen sind wappen wappen und urkunden da sind wir momentan wieder schlecht aufgestellt das bedeutet die idee ist bei den nächsten missionen möglichst wappen und urkunden zu finden hier gibt es auf jeden fall schon mal ein bonus von urkunden ein stück das ist eine mittelschlange strecke der lehrlinge hier gibt es veteranen aufträge mittel lang das ist etwas zu heftig da nur ein wir sind in den labyrinthen noch nicht gewesen was sind da für gute sachen wappen auf den fall mal ist wieder eine mittel lange mittel lang haben wir nichts kurzes oder so mit aussätzigen ein gewöhnlicher gegenstand das braucht nun wirklich kein mensch mittel lang kurz veteran schwierig gut dann haben wir hier eine kleine anfängermission wir haben auch noch ein paar anfänger am start bei dir bin ich mir sicher du hast gar nichts dabei das ist wenig stich schaden aus den hinteren reihen entdeckung gehen heilender hauch aus den hinteren reihen also auf jeden fall jemand der sich in den hinteren reihen wohlfühlt und seine erfahrung sammeln muss noch jemand in den hinteren reihen gut hier den haben wir vorne er wird in die mitte ist auch richtig positioniert wir brauchen jetzt jemanden für ganz vorne ok unser unhold würde funktionieren tierbändiger nicht so sehr barbarin aber die ist schon weit genug trainiert ja nehmen wir die bestie wir können sich ein bisschen im wald austoben um einen armreif den kann man verkaufen das ist alles gut wir werden mit den vieren ins rennen starten wir haben schon einen schlüssel das ist schon mal gut wir werden noch zwei dazu nehmen schaufeln können nicht schaden ganz viel nahrungsmittel auch wenn es eine kurze strecke ist hätte ich gerne voll satz an nahrungsmitteln licht nehme ich ebenfalls so viel mit bandagen haben wir auch könnten ruhig noch eine dazu machen ich weiß nicht wie es mit dem heilen aussieht ja gegen gibt ja nicht schlecht genauso wie heilkräuter war es eine leichte mission da sollten wir eigentlich noch nicht so viel material brauchen okay das soll reichen starten wir durch ja ausreichend fackeln vielleicht ist das der knackpunkt ich hätte vielleicht noch mehr fackeln mitbringen sollen aber je nachdem wie die karte strukturiert ist sollte es kein problem da stehen ja dann lasst uns das üble ausbrennen ok wir müssen auf jeden fall hier über wegen den raum kämpfen der andere weg ist länger das heißt wir gehen zuerst den kurzen weg begnügen uns einmal mit dem hindernis ausgegraben kein problem hier der raum ist leer da brauchen wir die fackeln noch nicht nachzuzünden der nächste gang wird spaßiger da gibt es schätze und kämpfe das macht unser schurke das macht unser unhold ja wir suchen einfach so unser erstes geld sehr schön zumindest für diese mission und da sind ein paar kämpfe das ist alles nicht so schlimm wir sind noch gut in einem lichtfaktor her oh shit ich habe vergessen dass er in der zweiten reihe stehen muss damit er wirkt oder er verwandelt sich aber jetzt verwandelt es doof dann stresst dich mal geht nicht anders für diese paar spinnen werde ich mich nicht umwandeln erstes weg zurückstoßen schaden polizei sehr schön stressen wir dich nochmal wir stehen nicht einfach eins nach hinten damit du was tust ohne gestresst zu sein und hier schlitzen wir nochmal sehr schön wenn man seine charaktere nicht vorher genau durchschaut selber schuld da bin ich echt selber schuld dass ich den mitgenommen habe hier muss ich anders schulen aber er braucht auch seine erfahrungspunkte so der erste raumkampf wir haben immer noch genug licht alles gut er ist auch der schnellste mal wieder dann eins nach hinten er schnippelt sich durch die untoten das funktioniert präziser schuss wir werden die hintere reihe einmal kurz ausmerzen ähm hier schnippeln wir noch mal jemanden an sehr schön der grandiose vorteil hierbei ist jetzt die können wir betäuben wenn möglich schade ganz wegschüttelt ist der gut ist der gut 21 schaden wieder das ist jetzt unfair der reihe kurz vernichten die kette peitschen betäubt sehr schön jetzt patzt er das war klar der pola na gut nicht bewegt nochmal betäuben wenn möglich schade anschnibbeln und wenn wir jetzt einen glücklichen schlag treffen reicht nicht aber wir dürfen nochmal präziser schuss sehr gut der wäre wahrscheinlich mich gleich nochmal aufgestanden weil der andere schleimer der andere schleimer noch da war so das war der jetzt bereich jetzt können wir einfach auf die andere seite wechseln uns mutig durch die gänge schnippeln wir brauchen noch kein licht bis dahin bis zu dem punkt wo wir zwei kämpfe hintereinander haben noch ist ja jawohl ah ihr könnt ruhig was essen wir haben für jeden was mitgebracht drei mahlzeiten am start so und jetzt behalten wir das dunkel bei weil im dunkeln können wir bessere Schätze abgraben so keine ahnung etwas hat die kreatur zum schweigen gebracht aber was sollen wir sie vergraben wird das was bringen ich glaube nicht licht bräuchte ich auch noch für die zukunft also suchen wir es so ja das war jetzt nichts stopp jetzt kommen wir in die bereiche wo wir wieder campen müssen ah geht so schauen wir doch mal au die mentalpeitsche ist echt nicht gut ich hätte nahmenlegen ich weiß es gibt noch jemanden der uns angreifen kann aber hätte gerne sie betäubt die ist mir nerviger ah es läuft wieder reicht nicht schade aber jetzt damit haben wir nur noch den und den können wir mit etwas Glück betäuben ist uns gelungen alles klar keinen weiteren Schaden den wir einstecken müssen hier sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen die Heilung starten jeder Punkt zählt so mal uns nochmal ein Licht an für den Raumkampf einmal vollschleimen den ersten hier wegsäbeln der Kampf sieht nochmal relativ gut aus noch alles im grünen Bereich sehr schön ähm ich glaube wir schnibbeln den ersten hier mal an hier benutzen wir die Pola aber nicht den ersten ähm das könnte sich mit Selbstheilung wieder Blutung das ärgert nicht immer na gut säbeln wir die jetzt stückweise auseinander wer auch jetzt immer noch dran kommen sollte müsste eigentlich stark genug sein das Ganze hier zu beenden so viel dazu ja Selbstheilung 3 Punkte gehalt 2 Punkte insgesamt verloren nehmen wir die Pola das rett man automatisch alles gut ja nicht automatisch aber ziemlich einfach von daher so hier tackern wir die noch mal zu da haben wir das Zeug mitgenommen und hier nutzen wir ach unverschlossen unverschlossen eine lange verschollene Truhe steht auf dem kühlen Stein äh Fußboden wer weiß was sie enthält weil ich aber nichts von meinen Schätzen hier hergeben möchte schauen wir nur so rein der Fackel okay da gibt es noch einen Raum die müssen wir auf jeden Fall noch kämpfen eine Falle voraus die kennen wir durch unser Scouting ich hoffe du bist geschickt genug die Falle zu entschärfen ja wegen dem Stressabbau und so sonst hättest du Schurke gemacht aber der ist momentan so relaxed dem passt sich gar nichts an der Stelle der Sack ist leer kein geballtes Wasser dabei sonst hätte ich das vielleicht mal ausprobiert ich meine keine Falle gutes Argument und hier war ein leerer Kellerraum das heißt alles gut ah noch zwei Kämpfe drei Kämpfe auf jeden Fall ein geheiligtes Kreuz das können wir für Geld ausgraben können wir auch machen Schätze yay wenigstens ein paar Falle voraus du hast das vorhin so gut hingekriegt hätte ich nur nichts gesagt hätte ich nur nichts gesagt so jetzt wird es dunkel soll aber nicht dunkel sein passt letzter der zweitletzter Kampf im Raum wohlgemerkt ist hier von einem auf dem Weg Überfall startet wir nehmen erstmal die große Peitsche um ihn zu betäuben weil der ist lästig danke dann schnibbeln wir jetzt nochmal durch ihn durch gut präziser Schuss auf den Schützen im Hintergrund ja ich glaube wir nehmen die Heilung wird irgendwann ziemlich teuer bei ihr gut 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 den wenn möglich nochmal betäuben ich glaube das wird jetzt nichts dachte ich mir schon dann vielleicht ein Schnitzeln das reicht auch nicht jetzt aber ja genau so präziser Schuss den vernichten damit war es nur noch ein Gegner das hat sich auch ein bisschen motiviert alles gut dem semmeln wir nochmal einer und zerschneiden jetzt noch ganz und das müsste gewesen sein ach endlich mal Schätze so vor kurzem ist hier jemand hat hier jemand sein Lager aufgeschlagen fackeln wir es ab ja wir fackeln es ab zeigt keine Wirkung Schlüssel zeigt keine Wirkung Schaufel dann ründern wir so mh ja hat sich ja voll gelohnt zwei Kämpfer noch der nächste Kampf der sollte nicht so schwer sein Frage hierbei ist Licht haben wir genug also können wir durchstarten die Frage ist wirklich haben wir genug Licht ja wir haben genug Licht die Hexe kurz bekäuben sehr schön hier vorne säbern wir uns durch sehr schön neu indizierter Schuss auf die Hexe und jetzt nur nochmal auf diesen Schleim einschlagen nochmal beträuben wenn es sein muss Licht mal mehr nötig Bilder sehr gut leider nur wenig Schätze dabei bestchen Kadaver wird wieder unter so am besten ja macht er das mal Vollwut mh ja läuft alter Baum hackern wir den ab schade geht nicht ok ein paar Schätze warum habe ich jetzt die Fackeln benutzt ganz einfach der letzte Kampf da will ich gerne möglichst viel rausholen dann brauche ich nicht so viel Licht ist noch nicht mein Schatz da na großartig ähm wir betäuben die erste Hexe noch nicht wir zerschnibbeln das Skelett im Ektoplasma Kram wir zerschnibbeln Hexe ich hält die durch ähm ich würde sagen wir machen einen präzisen Schuss auf die Hexe dann ist sie weg ein Gegner weniger dann peitschen wir ihn dass er wenigstens nicht mehr so viel angreifen kann so damit haben wir noch einen toten Ektoplasma und einen Kultisten Anhänger den müssen wir uns leider erstmal durchsäbeln damit der nicht wieder aufsteht aber die Psycheangriffe sind eh gemein aber wieder einmal ist das geschafft so ähm ja das war's das Zeug brauchen wir nicht hier ist sonst sonst nichts oder nö nur ein Stein also erste Runde geschafft das lief ausgesprochen gut aber es ist auch jetzt nur so ein kleines Zwischenspiel das könnten wir eigentlich entspläunigen geht das ja so das war nur kurz das Zwischenspiel einfach um die Helden voranzubringen ein paar Ausrüstungsgegenstände zu kriegen vor allem Geld zu horten und Materialien oh man die Ansammlung von Negativperks geht irgendwann richtig ins Geld der Preis des Krächzers diejenigen die den offensichtlich wertvollen Gegenstand verborgen unter den fauligen Federn des Dings entdeckten fragten sich ob es na äh nochmal von vorne diejenigen die den offensichtlich wertvollen Gegenstand verborgen unter den fauligen Federn des Dings entdeckten fragten sich ob es nicht in der Zeit wäre sein Nest aufzusuchen Story Quest der Preis des Krächzers ok wir können einen neuen Helden gegnerischen Helden also ein Boss Monster quasi jetzt niedermachen wir sind soweit und im ersten Bereich haben wir schon ein bisschen was gemacht jetzt sind wir bei den Dingen angekommen so prima was gibt es am Nachschub brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht können wir hier was verbessern wahrscheinlich nein warum auch wir haben ja keine Urkunden gesammelt nicht genug so kurzes Intermezzo wir schauen noch schnell nach dass wir unsere Leute versorgt bekommen er ist schlecht drauf ähm nacht aktiv stümperhaft unvorbereitet alles klar Dinge die die Welt nicht braucht das heißt wir können in die Taverne setzen wo er dann quietsch vergnübt ausruf äh ausruht die tausend können wir investieren ähm krankheiten heilen krankheiten heilen vollwut ach die Medizinversorgung ist für meine Leute ganz wichtig also machen wir das auch und hier im Kloster könnten wir sie unterbringen einatmen ausatmen einatmen ausatmen ja das darf man nicht vergessen ist immer so eine düstere Angelegenheit wenn die Leute es tatsächlich vergessen okay die Truppe ist ausgerüstet nein auf aufgefrischt beziehungsweise wird aufgefrischt und ähm das bedeutet die Folge hier hat ja ein schnelles Ende nach einem kurzen kleinen Intermezzo ähm in der nächsten geht es weiter dann schauen wir uns doch mal an wen wir noch ein bisschen trainieren können wen wir dann auf die nächsten Abenteuer schicken können ich hoffe ihr schaltet auch wieder ein und bis dahin gute Nacht da draußen was immer ihr sein mögt